Franz Liszt an Hans von Wohlzogen Venedig, 24. November 1882 Hochgeehrter Freiherr, Wagner ist vollständig im Waren, wenn er sagt, dass ohne die außerordentliche Munifizenz seiner Majestät des Königs von Bayern die Parsifal-Vorstellungen in Bayreuth gefährdet gewesen wären und ihre Fortsetzung nur die Teilnahme des Publikums außerhalb der Wagner-Vereine ermöglichte. Folgt aber daraus die Nutzlosigkeit der Vereine und die Opportunität von deren Verabschiedung? Nicht meines Bedenkens, denn sie erhalten eine heilsame Agitation und stützen die Bayreuther Blätter, die sich als wesentlich förderlich der guten Sache erweisen. Durch die Veränderung des Namens Verein in Genossenschaft scheint mir kein Vorteil zu erlangen. Der große Namen und die höchste Persönlichkeit Wagners sind hier zumeist notwendig. Übrigens wird der Parlamentarismus der Vereine, die absolute Autorität des Schöpfer so vieler unsterblicher Werke, nicht verleiden. Bloß über Nebensachen können sich noch verschiedene Meinungen zeigen. In allem Wesentlichen sind wir ja alle ganz einig. Deshalb wünsche ich die Fortdauerkonsistenz und wachsende Wohlfahrt der Vereine. Es versteht sich von selbst, dass Wagner als legitimer Monarch herrschen und regieren soll, bis zur vollständigen äußeren Realisierung seiner Bayreuther Idee, die Mustervorstellung seiner Gesamtwerke unter seiner Ägide und Anordnung in Bayreuth. Dieses Ziel anzustreben gebührt allen Teilnehmenden an der historisch zivilisierten Kultur der Kunst in den nächsten Jahren des endenden 19. Jahrhunderts. Bei der Erreichung des bewussten Zieles singen wir mit Schiller und Beethoven Freude schöner Götterfunken. Empfangen Sie, hoch geehrter Freiherr, die Versicherung meiner verehrungsvollen, getreuen Ergebenheit. Franz List. Bitte mich, den Ihrigen ergebens zu empfehlen. Applaus Vielen Dank.